CDU-Kandidat warnt Björn Höcke ist der Chancentod für Thüringen, Mario Vogt macht klar, dass er bei den bevorstehenden Landtagswahlen in Thüringen auf einen Sieg seiner CDU hofft. Er betont, dass Björn Höcke, Spitzenkandidat der AfD, für seine Heimat ein Chancentod wäre. Vogt ist überzeugt, dass Höcke und die AfD nicht die richtige Lösung für Thüringen sind und setzt sich daher dafür ein, dass die CDU die Regierung übernimmt. Trotz der kniffligen Lage und der stagnierenden Umfragewerte glaubt Vogt an den Sieg seiner Partei. Er ist optimistisch, dass die CDU die Wähler mit ihren Ideen und ihrem Programm überzeugen kann. Vogt betont, dass er für eine stabile und verlässliche Regierung in Thüringen steht und sich gegen extremistische Kräfte wie die AfD positioniert. Vogt ist entschlossen, Thüringen vor einem politischen Kurswechsel zu bewahren und setzt sich dafür ein, dass seine Heimat weiterhin auf einen demokratischen und moderaten Kurs setzt. Er ist davon überzeugt, dass die CDU die richtige Wahl für Thüringen ist und dass sie die Interessen der Bürger am besten vertreten kann.